Warum haben Männer die viel cooleren Begriffe für ihr Geschlechtsteil? Gemächt, Anaconda, Wunderhorn, Synonyme für die Vagina, Lustgrotte, Schwanzgarage und Stinkschlitz. Ich finde, die Vagina, die Vulva sollten wir umbenennen, die Wonderhole, Money Machine. Schamlippe sollten wir umbenennen, die Stolzlippe, Ehreneinlass. Auf Englisch heißt Schamlippe übrigens Beef Curtains, Schinkenvorhang. Kleiner Funfact, meine Klitten nenne ich Klitschko. Kleiner Funfact.